Tja, also, Ranjit, hast du schon mal eine Libanesin gefügelt? Okay, das sprengt mein Barney Limit. Ich sehe mal, ob die Bar da ein Klo hat. Also, eigentlich komme ich aus Bangladesch. Ja, und gibt's da scharfe Hühner? Hier ein Foto von meiner Frau. Ein einfaches Nein hätte genügt. Was für eine Frau.